Wieso betrifft mich das überhaupt? Das betrifft mich doch gar nicht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Oder? Habt ihr das schon oft gehört? Wenn ihr mit Freunden versucht habt, über Themen zu reden, wie die Vorratsdatenspeicherung. Diesen Blödsinn müssen wir uns seit Jahren anhören. Diesen ganzen Quatsch. Da geht's nicht um Terroristen, da geht's nicht um irgendwelche Ekelverbrecher. Aber da geht's um eure Daten, um eure E-Mails, mit wem ihr was schreibt, warum ihr schreibt, warum ihr mit wem telefoniert, wie lange und was darin für Keywords fallen, die womöglich in irgendeiner Datenbank gerade aufgelistet sind, aufgrund der Launen irgendwelcher Innenminister. Habt ihr darauf Bock, dass das so wird? Habt ihr darauf Bock, dass sie in eurem E-Mail-Konto einfach so rumfuschen können? Dass sie da Dateien hinterlassen können, die sie gern bei euch finden würden? Nein? Dann geht los und protestiert gegen die Bestandsdatenauskunft. Und sagt's weiter. Auch euren Eltern.